jo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal und heute geht es dann auch schon darum dass wir das monatliche giveaway november auslosen zu gewinnen gab es ja jeweils zweimal eine ak-raceland rebel in viel zuerst und um teilnehmen zu können musste dir ja unter diesem video hier spämen das ist auch positiv bewerten und auch ein abonnent meines kanals sind bzw solltet jetzt noch ein abonnenten des kanals und dann würde ich auch gleich mal den ersten gewinner ziehen der erste gewinner ist black hoffentlich gewinne ich mal klickt man schon dich mit einem 514 kommentaren der zweite gewinner ist dann auch der ramda mit seinen 631 comments also also glückwunsch mal an euch zwei ich werde euch noch kontaktieren ihr leute das war es dann auch schon wieder mit dem video über einen daumen nach oben würde ich mich freuen über ein abo auch falls sie mich noch nicht abonniert habt und um keine weiteren videos mit zu verpassen bzw keine kiefer mir zu verpassen würde ich euch auch empfehlen dass ihr die glocke aktiviert und dann was ich noch sagen wollte am sonntag kommt dann die nächste episode von road to glove unboxing und nächste woche mittwoch also heute in einer woche kommt dann das teilnehmervideo für den cs4 adventskalender also falls ihr da mitmachen wollt würde ich euch empfehlen dass sie da mittwoch gleich einschaltet um da gleich von anfang an ja zu spammen dann sage ich auch schon bis zum nächsten mal euer alex